Der DAX handelte gestern etwas tiefer, hält sich aber weiterhin bullisch. Und damit herzlich willkommen zu meiner Daily DAX Morgen Analyse. Wie immer, bevor ich mit der Analyse starte, ganz kurz der Hinweis zu meinem YouTube-Kanal, wo ihr jetzt ja auch dieses Video schaut, dort bin ich bis zu dreimal die Woche live und traden den DAX und den Dow Jones in meine systematischen Handelsstrategien. Und von daher eine ganz klare Empfehlung von mir, abonniere jetzt den Kanal und aktiviere auch die Glocke, um kein neues Video und auch keinen neuen Livestream mehr zu verpassen. Und damit gehen wir direkt auf den Wirtschaftskalender und ihr macht mal Pause hier, halt Pause. Und heute stehen Verbraucherpreise aus dem Euroraum an und sonst weiter nichts, von daher können wir es auch relativ schnell abfrühstücken. Aber die Verbraucherpreise aus der EU sind nicht ganz unwichtig und sie werden leicht niedriger erwartet. Das könnte durchaus einen kleinen Impact auch auf unseren Kollegen, den DAX haben. Dann schauen wir auf den Chart und zunächst einmal auf den gestrigen Handel, beziehungsweise meine gestrige Analyse. Und dadurch, dass hier die Objekte über den Chart sind, zeigt an, dass der DAX jetzt aktuell auf ähnlichem Niveau handelt wie gestern. Und der DAX hat mehr oder weniger das Long-Szenario gespielt, konnte dann die 18.500 zwar kurz rausnehmen, stabilisierte sich dann aber sofort und schob sich dann im weiteren Handelsverlauf wieder aufwärts. Und zum Handelsschluss konnte er sogar leicht positiv schließen, beziehungsweise im Bereich seines bisherigen Tageshochs. Somit hat er dann das negativste Long-Szenario, wenn man so sagen will, hingelegt. Und der DAX hält sich jetzt nach wie vor noch stabil in seinem Long-Szenario und das wird dann für heute auch Tenor sein. Dann das Trading von gestern, nehme ich mal hier mit rein. Schauen wir mal, ja wir sehen es so ein bisschen, wie angekündigt, habe ich eine Long-Position reingenommen. Meine Sell-Limit-Order, die lavenste hier oben irgendwo rum, die wurde natürlich dann nicht abgeholt. Und die Long-Position flog dann vor einer Stunde ungefähr raus über diesen Dip, der hier kurz reinkam mit 25 Punkten. Dann gehen wir auf den Chart von heute und wir haben jetzt nach wie vor eine intakte Long-Struktur. Damit ist die favorisierte Richtung für heute Long. Allerdings ist es jetzt wichtig, dass der DAX sich oberhalb der Opening-Range von gestern hält, um jetzt weiter im bullischen Szenario zu handeln. Und des Weiteren ist die Marke von 18.600 heute die wichtigste Marke auf der Oberseite. Für eine weitere Erholung muss diese relativ zügig rausgenommen werden. Und oberhalb der Marke von 18.600 wäre dann der Weg auch relativ frei Richtung 18.700 Punkte. Der DAX kann nochmal kurz zurückkommen. Für die bullische Variante wäre ein kurzer Dip bis an die Vortageseröffnung, beziehungsweise bis an die 18.500 denkbar, um dann von dort aus nach oben wegzuziehen. Wesentlich tiefer sollte er nicht kommen, weil dann sieht das Bild nicht mehr ganz so bullisch aus. Rein aus technischer Sicht darf er auch noch bis kurz vor das Vortagestief handeln, um dann im weiteren Verlauf ein höheres Tagestief hinzustellen. Was dann ja auch noch eine intakte Long-Struktur wäre, aber dann wäre der Rücklauf schon relativ weit und das sieht dann nicht mehr ganz so schön aus. Also im Idealszenario für die Long-Seite wäre jetzt, dass er die Opening-Range von gestern nicht mehr reinhandelt. Also dass er den Dip, den er gerade gemacht hat, hier, dass das schon das Tief war. Und dass der DAX jetzt direkt ab Handelsstart oder bis zum Handelsstart schon anfängt, nach oben rauszuziehen und dann ab Handelsstart direkt weiter nach oben rausläuft. Das wäre dann die bullische Variante. Die bärische Variante wäre, dass der DAX die 18.600 nicht schafft, sich zurückzuholen und von dort aus zurückfällt. Unterhalb der 18.500 sollte es dann eigentlich auch anders vor Tagestief gehen. Und unterhalb vom Vortagestief wäre der DAX dann wieder in seiner Short-Struktur. Also der DAX fiel ja hier zurück. Und gestern auch nochmal ein Stück tiefer ein neues Hoch. Konnte er jetzt nicht wirklich markieren. Wenn er jetzt wieder zurückfällt, dann hätten wir schon eine intakte Short-Struktur mit dem Potenzial weiterfallender Kurse. Aber dann als wichtigste Zone auf der Unterseite nach wie vor die Zone knapp oberhalb der Marke von 18.200 Punkte. Beziehungsweise kann man hier die komplette Zone, hier als wichtige Unterstützungszone, dann entsprechend ansehen. Für mich das favorisierte Szenario für heute Long. Und ich werde auch heute eine neue Long-Position reinnehmen. Short werde ich heute nicht eröffnen, beziehungsweise keine Short-Position oder eine Short-Order reinnehmen. Dann kommt hier jetzt noch ein bisschen Bewegung rein. Ja, auch nicht verkehrt. Und der DAX hält sich jetzt hier an der Stelle. Also, ich werde heute im systematischen Handel eine neue Long-Position ganz normal im Market eröffnen mit Kassahandelsstart. Und mehr passiert dann heute nicht. Und ich hatte es ja eben auch schon gezeigt, der gestrige Long ging ja zumindest dann auch mit einem kleinen Profit raus. Übrigens, meine Strategie, also meine systematische Swing-Trading-Strategie für den DAX und den Dow Jones, könnt ihr in meiner Ausbildung lernen. In einer reinen Strategie-Ausbildung mit dem absolut fairesten Vergütungsmodell der gesamten Branche. Der Link befindet sich auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn du wissen möchtest, was das faireste Vergütungsmodell der gesamten Branche ist, dann schau auf die Webseite und erhalte dort weitere Informationen. Natürlich gibt es auch ein Konto-Tracking. Du hast die Möglichkeit, die Renditen bzw. den Track-Record der Strategie sowohl für den Dow als auch für den DAX dir anzuschauen. Und über FX Blue habe ich dann auch Konto-Tracking eingerichtet. Und da hast du dann nochmal die Möglichkeit, ins Detail reinzugehen und jede erdenkliche Kennzahl dir rauszuholen. Die DAX-Strategie bzw. die Swing-Strategie auf den DAX, die habe ich jetzt am 1. Juli gestartet. Die DAX-Strategie läuft jetzt schon fast ein Jahr. Und die DAX-Strategie habe ich in diesem Jahr ausführlich getestet. Und sie ging jetzt ab 1. Juli auch live. Und das ist das Konto zur Live-Umsetzung bzw. das ist das Referenzkonto auch zu meiner Ausbildung. Weil ihr habt natürlich dann auch die Möglichkeit, euch auf mein Handelskonto einzuloggen, um dort jeden einzelnen Trade 1 zu 1 nachzuverfolgen. Also im Rahmen meiner Ausbildung maximalste Transparenz. Mehr geht wirklich nicht. Dann schauen wir auch nochmal ganz kurz auf den Dow Jones. Und der ist interessant eigentlich, möchte ich jetzt keinen allzu tiefen Blick auf die US-Indizes richten. Aber der Dow Jones nur nochmal als Ergänzung zum Wochenausblick, der ja am Wochenende rausgekommen ist. Der Dow Jones hat die Nummer jetzt auf der Oberseite aufgelöst. Der Nasdaq und der S&P 500 moderat schwächer bzw. der S&P 500 konnte gestern auch nochmal minimals zulegen. Aber der Dow Jones hat gestern den Ausbruch vollzogen und in meiner systematischen Swing Trading Strategie für den Dow Jones gab es einen wundervollen Profit. Auf der Long-Seite, da bin ich gestern Long gegangen und konnte da einen vollen Profit kassieren. Das hat ganz gut gepasst und das wollte ich jetzt an dieser Stelle zeigen, dass jetzt hier der Long-Aufbau erst einmal im Dow Jones konform aufgelöst wird. Das bedeutet, die Indizes sind grundsätzlich Bullish und die Richtung ist jetzt erst einmal weiterhin Long. Das war es dann auch mit dieser kleinen DailyDAX-Morgenanalyse. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ansonsten, morgen am Donnerstag ist großer Live-Trading-Tag mit Live-Trading ab 9.30 Uhr. Die DAX-Vormittags-Session und dann am Nachmittag Dow Live-Trading ab 15.15 Uhr. Da gerne einschalten und wie gesagt, Abo nicht vergessen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.